Also Jubiläen sind ja immer eine Gelegenheit, sich einerseits dessen zu vergewissern, was man in den zurückliegenden Jahren, die dieses Jubiläum feiert, erreicht hat, getan hat, was gelungen, was vielleicht auch nicht gelungen ist oder was wir hätten vielleicht auch besser machen können. Und es ist zugleich eine Gelegenheit, dann auch vorauszuschauen, zu sehen, was kann sich weiterentwickeln. Und wenn ich mir zu vergegenwärtigen versuche, was die beiden Stiftungen in den letzten 20 Jahren gemeinsam erreicht haben in der deutsch-russischen Wissenschaftskooperation, dann würde ich sagen, es gibt wirklich vor allem auch Grund zu feiern zunächst einmal. Die Stiftungen haben tausende von deutschen und russischen Wissenschaftlern in beiden Richtungen sozusagen bewegt, wenn man das so sagen kann, also Austausch gefördert. Sie haben bilaterale Forschungsprojekte in einem erheblichen Umfang gefördert. Und sie haben auch, zumal in jüngerer Zeit, sich gemeinsam in relativ großformatigen Verbundprojekten, besonders um die Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, bemüht. Und das, glaube ich, ist gerade auch in der gegenwärtigen Situation ein Erfolg, den man betonen darf und auf den man aufbauen kann. Und der deswegen auch für die Zukunft ein tragfähiger ist, weil die beiden Stiftungen doch in den Prinzipien ihrer Forschungsförderung sozusagen fugenlos übereinstimmen können, insofern sie nämlich Forschung fördern in dem, was wir in der DFG den Response Mode nennen, also auf Anregungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern reagieren und die Entscheidungen der Förderung ganz allein abhängig machen von Kriterien wissenschaftlicher Qualität.